Ja, immer mit einer Hand fahren, ne? Ist immer gut. Oh Gott. Genau, jetzt. Entschuldigung! Ach, für geil, ey. Wie sie sich hier Mühe gegeben haben, auch alles hier detailliert nachzumachen. Ich war noch nie in der Dodge drin, aber... Ich brauche dir auch noch jetzt keine Box, hier so ein Auto zu suchen. Das wäre auch mal spannend, ne? Was passiert denn jetzt hier? Hä, was habe ich jetzt gemacht? Ich bin außerhalb des Radius geblieben. War es gut, schlecht? Level 10. Ja, gib mir noch mehr Level ab, äh. So, wir fahren einfach weiter. Ganz gut schillt. Ich bin mal gespannt, wie viel kam, wie jetzt hier erreicht wird. Nein, nichts, 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 nichts. Jump! Na, lol, oh! Oh, die Bullen kommen. We try. Ich möchte hier zum Beispiel probieren. Na, komm. Jetzt ein bisschen jump into the landing zone. Ah, es war nur... Ah, es war nur Bronze. Oh, schade. Naja. Na, leider wieder nichts für mich. Send Port to HQ. Ja, wir fahren einfach mal weiter. Ja. ganz gechillt. Oder... War das gerade ein Ford? So ein Ford-Focus-RS, ey. Wäre da auch mal was geiles hier zu spielen. Wie viele Meilen sind 16 noch? Okay. Naja, ich hoffe, es ist nicht zu langweilig für euch. Was ist das hier? Smash the Grades. Oh Gott. Ja, okay. Kannst du klicken, kannst du klicken, kannst du klicken, kannst du klicken. Ne, darauf habe ich jetzt keinen Bock. Ja, wird das nochmal geschenkt. Komm, aber... Darauf habe ich jetzt nicht so großartig Lust. Danke, Nahl. Ja, ein paar nehme ich noch mit. Ah, die letzte paar hier. Naja. Siehste? So geht das. Ich frage mich, wie lange sie gebraucht haben, diese ganze Karte fertigzustellen, ne? Aber wir haben trotzdem was bekommen. Na gut, nehmen wir trotzdem. Müssen wir leider wieder ins HQ senden. Ins Hauptquartier. So. Aber jetzt sind wir... Jetzt sind wir gerade an links wieder vorbei. An... Kummelo 4, äh, Detroit. Entschuldigung. War nicht mit Absicht. Also ich war noch nie in den USA. Aber das reicht mir schon. Das Feeling habe ich jetzt. Jetzt bin ich hier in den USA. The Crew, weißt du, sagt mir, ja, so sieht es aus. Kann ich schon mal sagen, boah, was ist das denn geiles? Da will ich mal hin. Kolossus, ey, 2.0, oder wie? Oh, das ist schon wieder ehrlich. Hey. Da wird die Frau wieder so, ja, wo weißt du nur, ne? Ja, ich war heute mal aufs Land. Ja, wie aufs Land? Ja, du wolltest auch nie aufs Land. Ja, da hat sich verliebt. musste doch nach der Bade ja wie auch bei der Aktion der DL für die 2 nur die Hälfte aber auch ein schön wäre echt schöner der Fall wieder so auf die Autobahn das Auto, ey, kann man uns auch waschen lassen der ist voll geil, irgendwie, weißt du, fährst du zur Waschanlage kannst du auch noch so extra polieren, weißt du, mit Controller und so aber wäre ein richtig geiles Future, Future Future, Future, ist ja alles dasselbe Meine Grafik hat halt, glaub ich, auch richtig krass zu tun, ey ich hab jetzt die Lüfterprozentzahl also 90% bestellt, ey, das hört man ja, leben die danach hier zwischendurch jetzt mal die zweite Ohrmuschel auf, damit ich jetzt alles hier höre, in Stereo ich hab 5.1, auch nee, in 7.1 so, was sind wir denn da, in 10 Meilen, naja, das dauert ja noch ein bisschen naja, jetzt hab ich auch zwischendurch nicht mehr diese ganz kleinen ah, was hab ich jetzt schon wieder ausgewählt, ey äh, ich seh doch gar nix turn around äh, nächstes Turnaround deine Mutter turned sich around, ey im Bett, ey, boah seh ich schon New York? ne, naja irgendwo ist auch mal der Horizont erreicht, ne quietsch, quietsch, quietsch oh oh ja, lad mal in Ruhe nach ach, okay naja bin ja mal gespannt, ob das in der Vollversion auch so ein bisschen ist dann, boah ja, es ist ja noch ein bisschen Beta hier oh, was ist denn da vorne? was ist gleich denn da? das ist ein Feuerwehrwagen? achso, ich muss hier abfahren ja, jetzt haben wir ein Problem oh nein, ey, nicht schon wieder dieses Geknatsche entweder ist es die Crew oder ist es mal ein Headset, was langsam in den Geist aufliegt boah, jetzt ist es aber richtig extrem laut la 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 äh, 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 äh ein paar Mal das jetzt schon schlagen geht, aber gut was ist das, ey? jetzt hört es ja auch gar nicht mehr auf was ist denn das? hallo what the fuck alter ich kann gar nichts mehr hören boah, alter, äh naja, egal ja, das nervt mich jetzt ein bisschen hallo was soll denn das? ja, steckt ein Kabel jetzt natürlich drin oder wie? oder wenn wir jetzt mal jetzt da draufstehen guck ah, jetzt hat es aufgehört ah, okay gut kann ich mich wieder hinsetzen naja, das tut mir jetzt ein bisschen leid dass das jetzt ich hoffe, ihr hört das nicht das ist meine einzigste Sorge alles recht schon, wenn ich das höre wenn ich damit ein bisschen aufhalte hier ich will gar nicht, ich will gar nicht wissen, wie lange ich jetzt schon aufnehme mindestens eine halbe Stunde nur jetzt hier mit dem und herfahren ich wollte schon wieder abfahren nein, oh Gott zum Glück ist das gesperrt, ey der Kreece is most wanted die die care lol den hab ich halt gar nicht gesehen Larry the Great haha, geil I'm Larry the Great, Junge lol, jetzt ist Larry the Great da der war grad hinter mir ok alles wird gut alles wird gut ach du liebe Zeit ja, ach du liebe Zeit oh, heute geht's wieder an den See da darf ich keine Kurs spielen ja doch, aber heute Abend bestimmt wieder dann werde ich auch wieder ein bisschen aufnehmen, vielleicht vielleicht, ich weiß es noch nicht und am Donnerstag werde ich mal gucken ob ich es am Abend auch nochmal aufnehmen könnte auf dem anderen PC und spiele ich alles auf Lowlands alles kantig und ist alles aufgeklebt nee, nee kann man nicht hupen oder so hast du, das sind die ganzen Spieler, okay Larry the Great ok, jetzt gehen sie alle na, jetzt sollen sie alle gehen so, wir nähern uns, glaube ich, äh New York viermal nur noch ok, wir sind in New York Jersey City naja das ist New York kann ich mir vorstellen na, ich glaube, jetzt fahren wir Hudson River ok, wir sind überall Hudson River ich gehe einfach mal weg damit braucht keiner Harlem wir sind in Harlem also in Brooklyn, ne glaube ich war das in Brooklyn oh, einfach mal springen Harlem Harlem Brooklyn Bronx kein Plan, ey die Gegend kommt mir jetzt auch nicht so gerade doch, obwohl, warte mal das ist mir kurz zu überlegen ich, ich vergleiche das gerade mit GTA 4 wir das gerade so ein bisschen na, das kann man glaube ich nicht mit GTA 4 vergleichen ich glaube doch, wir sind doch hier oben ähm Manhattan sind wir wir sind in Abtown genau, Abtown sind wir ich glaube, wir sind überall von Manhattan da in dieser Gegend da, wo warte mal kann ich am besten in der Karte erklären wo sind wir denn genau, da sind wir, da meine ich es doch genau, hier ist doch ja, die gehen nicht so dicht hier ist die Bronx da ist Harlem ach ja da ist der Central Park da ist schon wieder Abtown warum sind wir nicht gerade eben in Abtown gewesen ah, hier ist diese kleine Pissinsel ach, und dann haben Nico Bellic und so gewohnt hier, ne da, wo die Wohnung hier abgefackelt ist in Brooklyn genau, das ist Brooklyn das ist Manhattan das ist Harlem das ist Bronx okay, ja, cool naja, dann haben wir so ein bisschen GTA 4-Like hier okay das war schön naja muss ja da hinten irgendwo die Brooklyn Bridge Brooklyn Bridge sein okay, wir nähren uns Dominik Wittmann, ey okay, wir nähren uns okay das muss da unten sein wir kommen auch nicht hier runter, oder? doch, wir kommen ja glaube ich runter, oder? kommen wir hier runter? ja, wie kommen wir jetzt hier runter? ich glaube, das ist nämlich hier ich habe die leiseste Ahnung, dass es da ist je, man kann auch hier auf den Satellit gucken ja, aber wenn ich jetzt weiter da hinfahre warte mal das muss vor uns sein also jetzt gleich hinter uns wir müssen, glaube ich, erstmal nach unten die Satellit ist most wanted die haben wir ja vorhin gesehen ah, die sind da eine die sind eine Meile eine Meile von mir entfernt okay Queens, wir sind mit Queens hier, wie hieß die Sendung mit, äh Kevin James wo der Passbote ist äh naja wollte schon Kevin allein zu Hause sagen aber das hat ja damit gar nichts zu tun ähm kann man jetzt hier runter, oder so? würde mich immer jetzt interessieren, ob wir hier runterkommen anscheinend nicht doch oder? ja wir kommen hier runter jawohl runter hier oh nee du fährst auf der falschen Seite du Arschloch die inseln sich kaum hier und mit GTA 4 diese kleine Pisseinsel ich hoffe, das ist wirklich unten, ne? es ist es ist es es ist der gute Master achso, ach ja, gut ähm da kann man auf jeden Fall nicht durchfahren wie wir gesehen haben sehen sie nichts gerade der läuft okay ich fahre heute auch joggen hier rein? ne, falsch, dann fahren wir wieder auf die Autobahn hä? geradezu blöd zum Kacken oder so? ich fahre jetzt wenigstens noch ein Decken in dieser Folge, dann können wir auch beenden ja, genug gesehen oh Gott, ey gut Drift, cool Drift ah, ja, ich weiß, das ist cool ich hoffe, ich kriege keinen Ärger mit der GEMA, hä? wegen der Musik lalalala einfach mal müssen ich mal quasseln kann ich jetzt hier irgendwie rüber? muss ich hier irgendwo rüberkommen, oder nicht? hä? da muss ich doch rauf sonst komme ich doch gar nicht an diesen scheiß Satelliten da, oder nicht? hä? bin ich einfach nur doof, oder bin ich einfach nur doof? hä? da muss es doch allgemein so eine Auffahrt geben, sonst kommen ja auch die Arbeiter gar nicht zur Arbeit what the fuck? wie komme ich da hin? super ich sollte vielleicht erstmal nicht auf den Baum fahren gegen den Baum fahren ich sollte dann vielleicht schon mal viel hält hier ist er doch ach, Gott, ne Dominic boah, also ein bisschen doof bin ich ja, ne so, das ist New York jetzt haben wir auch New York freigeschaltet jetzt haben wir auch New York freigeschaltet und das war es ja ja, Detroit, Chicago und New York das sind so die großen Städte, ne Miami Los Angeles Las Vegas Las Vegas ist da? so weit weg von Los Angeles muss ja hier San Francisco irgendwo sein, ne da San Francisco Sacramento Sacramento Seattle krass, Alter, was es hier so alles gibt, ey Salt Lake City Dallas hatten wir vorhin schon gesehen, ne Dallas kann man hier bestimmt auch Canyon Islands Grand Canyon geil naja hu Gott ja das war es erstmal ich brauche eine kleine Pause vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei bei The Crew und haut rein und auf Wiedersehen Mittaju 이쪽 aus rug ä und å drive dein